Hallo und Willkommen zu den Verfolgten, Verrückten. Ich bin von irgendeinem Fetten hier verfolgt, Alter. Was ist mit dem? Ich hab den nur ein bisschen angerempelt und sieh auf einmal wieder was von mir. Was ist denn? Komm her! Verpiss dich! Verpiss dich! Du fette Stück Scheiße! Ja, runter! Steh nur auf den Boden! Lutsch! Nein! Schuh! Ja! Noch einmal! Und noch einmal! Und noch einmal! Ist auch besser, sorry. Nein! Die Pullen! Fuck! Scheiße, schnell rein hier! Nochmal rüberfahren? Jawohl! Fuck, fuck, fuck! Wir müssen schnell fahren! Äh, hier lang! Hier sieht man mich nicht. Ja! Sie haben mir vorbeigefahren. Gut, die Cutscene hab ich jetzt übersprungen, weil die haben wir schon davor gesehen. Aber jetzt müssen wir zum Amunation und diese Bastard mit unseren Knarren alle wegknallen. Haha, Knarren, Knarren, Knarren. Ich komme in deine Ecke, wenn ich dich anzusehen werde. Oh, was hast du in der Kugelkauf? Ich habe nichts gekauft. Ich brauche ein Sniper-Rifel mit einem hohen Power-Skop. Sie sagen, sie unterstützen das lokale Geschäft. Wir werden sehen, ob das wahr ist. Ja, geil! Deine Sniper-Direktoren. Jawohl! Okay, los geht's. Melvin! Wie fühlst du dich über Brand-Synergie, hm? TP-Industrie, Amunation. Gut. Der Sniper auf deiner Kugel sieht, wie es den Job macht. Sie wird gut. Hast du einen Schalldämpfer und einen Suppressor für das? Aber dann, äh, hat er auch einen Schalldämpfer. Ah, da. Okay, ist schon automatisch drin. Das ist geil. Oh, so schöne. Ui, Armee-Zone, grüner Ton. Oh, das sieht geil aus. Okay, das nehme ich. Gut. Dankeschön. Ich versuche dir ein Zielfernrohr. Hab ich doch schon. Warte. Ist doch alles dabei jetzt. Äh, ja, nerv nicht. Geht sich zurück zum Laden. Hab ich doch. Was will der denn? Ich hab das Scharfstützengeber. Scheide. Ach, ich muss das nochmal. Ich muss das extra nochmal draufdrücken. Okay. So, jetzt. Jawohl, steig auf das Quart. Jawohl, ich hab alles. Danke, Melvin. Ehrenmann. Hätte man die perfekten Waffen. Oh, nein, nein, nein. Oh, das Quart fährt sich richtig geil. Gut, die Bikers fahren gleich hier lang und wir stellen uns schonmal hier auf. Ich habe ein paar Bikers. Hardware ist noch nicht hier. Ich komme auf. Ich wäre da weit auf da, wenn es nicht für meine Knie wäre. Wir müssen warten, bis ihr in der Unnotizung kommt. Wir müssen uns die Zeit planen, um die Gas-Tanker zu machen. Wir müssen uns die Zeit planen, um die Gas-Tanker zu machen. Genau, entspann dich. Ich habe noch ein paar Zieger. Ich sehe dich. Ich schieße gleich. Los, lauf, lauf, lauf. Also, wir sind dort drinnen. Keine Feind-Aktivität. Weiter runnen. Okay, erst beim Wagen. Hinter der Kontroll-Tower. Hier? Ah, da. Ich sehe es. Drei, zwei, eins. Los, lauf jetzt. Was war hier für ein krasses Scharfschützengewerf? Oh, da. Hab ich. Was? Okay, so schnell. Okay. Das eskalierte hier schnell. Okay, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass... Okay, ja. Oh, scheiße. Ich dachte, wenn ich ihn direkt wegschieße, bemerken die gar nichts. Park es und nicht lasse ihn dir spotten. Kannst du mich sehen, Trevor? Oh, jetzt muss ich ja wieder durch. Du siehst mich? Ja, ich sehe dich. Gut, schießen wir den schon mal ab. Jetzt kommt hier in den Wagen. Ich muss ja auch einfach mal auf die Untertüte gucken, was die da labern. Ich würde das Licht halt auch noch abschließen. Okay, einfach warten. Ja, schön. Jetzt parke. Okay. All fire. We gotta see what he's up to. Come, steck aus. I think he's just calling the dead guy. You can erase him now. He's out of the van now. Do him. If the man wants to pay... ich bin ich sie gar nicht wo denn wo bist du denn überhaupt oder ich schiege gar nicht so warte mal gut ich habe jetzt gar nicht gewusst wo die jetzt kommen aber ich habe es noch geschafft doch da ist er alles super man kann sich weiter bewegen und sprengstoff auf da ein helipopter ok schau den piloten aus ab ihn gut run ich komme keine sorge dein retter in der not hallo run run hol läufst du hin ok ähm ah wir können das flugzeug da stehen also könnten wir wieso sind da so viele oh nein jetzt nicht sterben komm geh weg so ist noch irgendein polizist oh nein ich muss nachladen noch ein fahrzeug warte mal granatwerfer komm wir benutzen den granatwerfer wie er sich auf den Boden schmeißt warte jetzt nochmal den granatwerfer ausprobieren ok warte ich komme run joh alter spiel man fordere mich doch nicht ich muss auf einmal hier schießen ja alter ich wusste aber nicht dass trevor auf einmal sich so fahrlässig auf das flugzeug da stürzt oh mein gott die story wird immer verrückter ok jetzt haben wir zumindest noch voll leben da vorne der hat mich gekillt da kommt noch immer oh das wollte ich sehen jawoll gut dann los fahr ja oder fliege eher gesagt ach junge du musst auf so vieles achten echt das ist gruselig oh mein gott so alle guten dinge sind drei ich habe unendliche munition das merke ich gerade auch komm fahr jetzt oder flieg ich sag es immer wieder falsch gut jetzt kommen die motorräder gehen wir auch noch weiter 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 oh mein gott wie flieg man das ding also nein ok ich habe ihn noch runter bekommen so weit du in der luft bist drücke geh um das fahrwerk achso ok das fliegen ist ja noch schlimmer als das fahren auch ja so müssen wir genau hier fliegen Also man steuert die Flugzeuge mit dem Tastaturenfeld, also mit dem Rechenfeld, sag ich mal, also mit Pfeil nach oben, Pfeil nach unten, Pfeil nach links, rechts, schrecklich einfach, ein Helikopter ist noch schlimmer. Was müssen wir machen? Weißt du, ich hab grad gar nichts zugehört. Ich muss mich hier die ganze Zeit konzentrieren. Auch da, wo er rauskommt. Jaja, ich pass schon auf. So hofft man. Lieg so niedrig wie möglich. Okay, warte. Aber ist es nicht irgendwie schlecht, wenn man niedrig fliegt, weil... Oh, jetzt kommen die Bomben raus. War ich das jetzt richtig gemacht? Jawohl. Nein, wir haben grad eine Lieferung. Jemand gesendet. Gut. Ja, DAL. Der Flugzeug. Oh Gott. Oh, jetzt ist die Militär Basis. Das muss ich aufpassen. Oder fly through a barn. Will a barn slow me down? Ja, es könnte. Oder es könnte killen, stattdessen. Ich werde nur normalen fliehen. Und ich werde dich auf dich kommen schneller. Ja, braver als ich dachte. Und ich werde dich auf den Boden rauskommt, Herr Boss. Also, die Gäste gehen nach Mexiko? Mexiko. Ja. Der Mann ist Oskar Gussmann. Er ist in mit den Kartell. Wenn es ein Markt gibt, könnte es eine Art, um die Veränderung zu öffnen. Ich habe das nicht gedacht. Wir können uns in Oskar kaufen, aber lass das mit mir, Ron. Entschuldigung, dass ich das zu fragen. Aber ist Ihr Kontakt gut für dieses Kind? Weil ich habe die Behandlung für die Behandlung für die Behandlung und meine Behandlung. Oh, er betrifft. Mehr als in diesem Land. Das ist gut zu hören, Mann. Wir sprechen über die exakte Behandlung, wenn wir aufrufen, okay? Alles klar, Tee. Schnelles Fahrwerk runter machen. Ein bisschen gerade werden, genau. Ja, 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 ja. Es, 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 es. Oh, das war doch perfekt. Perfekt. So, und rein hier. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Peter Phillips Industries. Technische Expertise. Hm? Managerial Innovations. Un-stoppable! Oh, das ist genau! Jetzt geh! So, ich muss meditieren oder masturbieren. Oder beide. Ja, Immobilien wollen wir jetzt nicht kaufen, also das ist eher nicht so das Ding, was ich machen würde. Ich bin nicht der Immobilien-Makler, das können nur von bestimmten Charakteren gekauft werden. Ja. Kann ich jetzt immer wieder mit diesem Flugzeug rumfliegen, das ist ja ja geil. Leute, auf einmal habe ich 260.000 Euro mehr, Euro, Dollar. Ach guck mal, ist ein neues Zeichen jetzt hier aufgetaucht. Chinesen. Ah, das ist bestimmt Mr. Cheng. Gut, aber um Mr. Cheng kümmern wir uns nächste Folge wieder. Ich hoffe, ihr hat's gefallen. Wir sehen uns bald nächstes Mal wieder. Haut rein. Ciao, ciao. Ciao.